Es wird ja schön, es ist kacke. Heute haben wir zu Gast... Einen Deppen! Einen Deppen! Wir stellen mal die Kamera um! So, jetzt können wir endlich aufrecht stehen! Ja, also... Was meinen Sie zur heutigen Umweltkatastrophe? Nö! Was jetzt? Nö! Was jetzt? Penner! Keine Ausdrücke in meiner Show? Nö! Herr Plastik! Bring ihn weg! Bring ihn weg! Oh, Penner! Das ist Herr Plastik, wie schon in der letzten Show! Blödes Vieh! Leute, wie in der letzten Show gezeigt war, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das aussieht! Was? Das Video! Oh! Ah ja, du kannst wieder gehen! Also Leute, heute haben wir noch einen Gast! Er nennt sich... Kleberbällchen! Ja, sehen Sie! Sehen Sie genau hin! Er ist wirklich aus Kleber! Aber er... Er kann sich wirklich dehnen! Er ist schon so hart geworden! Ich kann ihn zerquetschen! Sehen Sie? Und wir haben sogar... ... 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 Wie finden Sie das, Herr Stein? Ich bin immer noch dort! Verbissen Sie genau nicht! Sehen Sie... Er hat Windpocken! Mollen Sie nicht spenden? Ne, müssen Sie nicht! Ich immer noch! ... ... ... ... ... ... Ausdrücke ist auch auch nicht der Typ dahinten. Du kleine Schwächstück. Was sag ich? Deine Schwächstück, du! Lass das! Lass das! Au! 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 Aua! Nun, Leute. Bis zur nächsten Folge, die wohl gleich folgen wird. Ich weiß, dass die erste Folge viel lustiger war. Noch nicht ausmachen, du Idiot. Noch nicht! Also, Leute. Das war wieder eine Folge IN KINDS SHOW! IN KINDS SHOW! SHOW! Also, tschau! Ich weiß nicht, wie es ausgeht! Ich auch nicht! Oder doch, 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 doch! Du musst auch nicht, wie es ausgeht! Ich weiß nicht, wie es ausgeht! Jetzt bin ich da! Oh, scheiße!